Was ist das Gefühl von Sicherheit und einem guten Bauchgefühl? Es gibt viele Leidkriterien bei einem Restaurant, die bei mir passen müssen. Aber wenn ich spontan damit reingehe, dann merkt man relativ schnell das Gefühl im Bauch, ob man sich heimelig oder wohl fühlt und dann entscheide ich, ob ich sie bleibe oder nicht. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass auch die Wirten kritisch sind in der Auswahl von ihren Versicherern. Und ich denke, wir müssen das Gefühl von Sicherheit und einem guten Bauchgefühl auch vermitteln können, damit sie uns dann ihr Vertrauen schenken können. Überaus stolz bin ich zum Beispiel auf den Deckungsgrad, wo wir seit Jahren schon über 100 Patienten haben. Und der weist ja zum Beispiel aus, dass wir die zukünftigen Pflichtungen gut abdecken können, wie zum Beispiel Rentenzahlungen. Wenn man dann nochmal den Geschäftsbericht genauer anschaut und die weiteren Zahlen hinterfragt, dann merkt man relativ schnell, dass man mit den Kundengeldern sehr umsichtig umgeht. Und dass der Kunde am Schluss den Mehrwert hat und nicht mehr. Also mich persönlich freut es, wenn ich mit meiner Arbeit dazu beitragen kann, dass wir in unseren Kunden ein gutes Gefühl von Sicherheit und Transparenz vermitteln können. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.